einen wunderschönen guten tag guten abend oder guten morgen ja ich zeige mal ein paar bilder aus dem fame residenz lara und spar habe ich vergessen ja also wir waren vor ort vom ersten april bis 11 april und ich muss ganz ehrlich sagen das war ein tolles hotel also live vor zieht es wesentlich besser aus wie in der alt in den katalogen oder von den videos die man so sieht na also es war ganz toll auch das essen war super es war natürlich sehr hohen lastig aber das ist natürlich normal aber hier gab es überall so guten wo man was essen konnte dann gab es wieder stände wo man waffeln essen konnte sich eis holen konnte bei all inclusive natürlich der strand war herrlich die ganzen vielen liegen alter waren hunderte von liegen also man brauchte sich keine zu reservieren hallo liebe rentner ihr wollt ihr macht ihr tut ja morgens um sieben schon eure liegen reservieren das braucht ihr hier nicht tun da könnt ihr euch den weg sparen es gibt genug freie liegen also wirklich ganz große klasse erwähnen muss man noch die pool anlage die ist ja riesig allerdings ist nur der hauptpool also der größte pool der ist beheizt also da sind 27 28 grad drin also schon recht warm der whirlpool war leider nicht beheizt ja wer gerne mal mehr baden möchte das geht auch das war allerdings ein bisschen frischer und hier sieht man das hotel war noch nicht so überfüllt also man hat überall ein plätzchen gefunden konnte sich hinsetzen naja ich habe noch viel mehr videos gedreht also nur hier mal so einen ersten eindruck wie das so vor ort aussieht ist ja klar vielleicht will ja jemanden sommer hierhin oder herbst aber wir waren im april da und das war recht warm also es war heiß auf deutsch gesagt die sonne hat richtig schön gebrannt ja der wind hat dann halt ein bisschen gefühlt ja und es war alles so schön grün hat geblüht man sieht es ja hier hinten diese blumen alles hervorragend war das also nach dem langen winter kommt man dann dahin das ist frühling oder schon naja ist schon fast sommer herrlich die vielen palmen also das nette personal muss man ja auch erwähnen was super also klasse ja hier sieht man noch mal so eins von diesen vielen bieten immer so eine hängebrücke ist immer ganz lustig darüber zu gehen hier geht es zum strand rechts sind wie ich unter hier geht es hoch dieser schräge zum hauptpool man so alle stunden kommt dann dieser wasserfall her der schön laut ist aber auch schön anzuschauen ist sieht man ja da war es dann schön wenn wir da runter geschwommen ist ich hoffe man kann es gut erkennen ich habe das ganze mit einem handy gefilmt wie die bilder natürlich auch das ja vollkommen ausreichend für youtube finde ich man kann es trotzdem in 4k sicher getrost anschauen so dann komme ich hier zum schluss das war nun mal so eine kleine einführung wenn ich lust und zeit dann lade ich noch ein paar videos hoch vom frühstück und so oder macht es mal gut und lasst es euch gut gehen bis zum nächsten mal